Wir brauchen dafür unsere Messfehler, also die Tabelle der Datenwerte, die entstünde, wenn wir neben dem Populationswert, der von allen Personen geteilt wird, nur noch Messfehler in unserem Experiment gemessen hätten. Also der Faktor A und der Faktor B überhaupt keine Wirkung haben. Hier beschränken wir uns zunächst mal auf die Betrachtung nur der allerersten Zelle unserer ANOVA, also der ersten fünf Personen hier. Wir sehen, dass von diesen fünf Personen ganz offensichtlich nur eine einzige hier unten, einen Wert abgeliefert hat, der nicht mit einem Messfehler behaftet war. Bei allen anderen Personen ist uns ein Messfehler unterlaufen. Wir haben bei der Quadratsummenzerlegung der Fehlerstreuung gesehen, dass in unsere Fehlerstreuung nun die Abweichung jedes einzelnen dieser Werte vom Mittelwert der Zelle eingeht. Genauso ist das bei den fünf Personen in dieser ANOVA-Zelle hier. Auch ihre Werte unterscheiden sich. Das sind eine ganze Menge Streuungskomponenten. Wenn wir nun aber aus diesen zehn Werten hier den Mittelwert der ersten Faktorstufe unseres Faktors A berechnen, ich nenne das Ganze hier unten mal A1 quer, dann mitteln sich ja viele dieser Fehlerkomponenten aus. Die 17 als recht kleiner Wert hier mittelt sich mit der 21 aus. Die 18 als recht kleiner Wert hier unten mittelt sich mit der 22 aus. Auch 17, 18 und 19 hier oben sind Abweichungen zum einen nach oben, zum anderen nach unten, zum Mittelwert der Zelle, genauso wie diese 19, 21 und 21 hier unten. Wir sehen also, dass viele unserer Komponenten, die hier in den Messfehler eingehen, sich bei der Bildung des Mittelwerts rausmitteln, aus der großen Abweichung der einzelnen Werte in den Zellen, können also am Ende relativ kleine Streuungen auf den Stufenmittelwerten entstehen. Und sie können nicht nur, sie werden entstehen. Denn dieses Prinzip der Rausmittelung ist natürlich immer wirksam. Zwar wird tendenziell gelten, dass, je größer unsere einzelnen Messfehler sind, desto eher hat auch der Stufenmittelwert eine Chance, auf Basis dieser Messfehler stärker zu streuen. Trotzdem wird aber die Streuung unserer Stufenmittelwerte hier immer sehr viel kleiner sein, als die Streuung der einzelnen Messfehler. Auch dann also, wenn die Streuung unserer Stufenmittelwerte ausschließlich auf Messfehler zurückgeht, werden die Stufenmittelwerte niemals so stark streuen, wie es die einzelnen Werte tun. Ganz einfach deshalb, weil sich bei der Mittelung der Werte natürlich auch die Messfehler zum Teil rausmitteln. Und jetzt könnte man eigentlich die Flinte ins Korn werfen und sagen, ja, dann kriegen wir ja nie irgendwas raus. Die Quadratsummen unserer Treatments und die Fehlerquadratsumme, die sind nicht gleich. Die Quadratsummen der Treatments müssen immer sehr viel kleiner sein, als die Fehlerquadratsumme. Dann, wenn allein die Messfehler für die Unterschiedlichkeit der Mittelwerte unserer Treatmentstufen verantwortlich sind. Was uns Statistiker aber zeigen konnten, ist, dass wir die Quadratsummen sowohl des Fehlers, als auch unserer Treatments, beziehungsweise der Interaktion, mathematisch umformen können. Und nach dieser mathematischen Umformung, da stimmt plötzlich der Vergleich, den wir dort oben nur angenommen haben.